Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich mal wieder für euch in Diablo 3 unterwegs und da möchte ich euch so einen kleinen Achievement Guide bieten. Und zwar geht es heute um das Achievement der Schlupfwinkel der Laconi und hierzu müssen wir erstmal in das Gebiet heulendes Plateau. Und dann können wir hier, wenn wir dann hier diese Höhle finden, ihr seht das schon, das verlassene Bergwerk, dieses Achievement machen. Hier seitlich seht ihr ja, ich bin in der Gruppe, das ist immer wieder so in Split Bounty auf Normal unterwegs und hab dann auch so ein bisschen Ausschau gehalten nach diesen Achievements, beziehungsweise nach diesen Höhlen für die Achievements. Denn ich hab einfach den Vorteil, wenn ich das in der Gruppe mach, krieg ich nicht nur das normale Achievement, sondern obendrauf noch das Koop-Achievement und muss das dann nicht auf zweimal angehen, das ist immer ganz praktisch. So ihr seht, ich hab diese Laconi jetzt alle umgebracht. Hier ploppt auch ein Achievement auf, das ist aber ein anderes Achievement, also das ist hier nicht das, was wir uns farmen wollen. Das kam anscheinend von irgendeinem anderen Spieler, der jetzt auch irgendwas gemacht hat, wo wir ein Achievement von erhalten haben. Wir haben nämlich hier noch eine zweite Welle, die wir auch nochmal umhauen müssen. Also ihr dürft dann noch nicht die Höhle verlassen, da ist es noch nicht zu Ende mit. Und wenn wir hier diese zweite Höhle, äh, diese zweite Mob-Welle umgebracht haben, kommt hier dieser Boss und wenn wir diesen umhauen, dann erhalten wir hier das normale Achievement und das Koop-Achievement, wenn ihr denn in der Gruppe seid. Ist immer zu empfehlen, das in der Gruppe zu machen, sonst, wie gesagt, müsst ihr das zweimal machen. So, dann gucken wir mal auf den Achievementsstand. 3180 Punkte hab ich im Moment. Und, ja, ich hatte ja gesagt, ich gucke immer, wo ich jetzt gerade so, äh, stehe. Dann scrollen wir mal ein bisschen. Ja, gut, so bei 200 rum bin ich jetzt im Moment. Also, ich denke mal, das ist jetzt schon gar nicht so schlecht. Ich werde jetzt aber in den nächsten Tagen hier in der Season weitere Achievements machen, um mal vielleicht auch in die Top 100 zu kommen. Da muss man mal gucken, wie es ausgeht, aber ich hab leider jetzt die nächsten Tage nicht frei. Also, heißt, ähm, da werden wahrscheinlich andere ein bisschen in Vorsprung sich rausarbeiten. Aber nichtsdestotrotz bleib ich mal dran und mach für das ein oder andere Achievement auch nochmal ein Video. Also, wenn ihr davon mehr sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben geben. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Tiller. Ciao.